Hallo zusammen, vom 9. bis am 11. August ist wieder das grosse Alpenwellerschlager Openair im Leukerbad. Es freut mich besonders, dass die Schweiz mit dabei sein wird mit grossen Haufen Künstlern. Wir freuen uns natürlich auf das grosse Openair am 10. August in Leukerbad und hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid.